Na ja, liebe Hülderfreunde, was läuft da oben bei Grausi? Heute ist Öko-Heu-Mähren angesagt. Da ich keinen Mähwerk habe, bin ich bei der LMG Graswil und kann hier dieses Mähwerk im Hintergrund mit dem 2.11er Traktor mieten. Das Mähwerk läuft gut. Der Glas Mähwerk Ford Show 2800, das ich da habe mit dem 2.11er. Das Öko-Gras wird keinen Aufbereiter. Darum muss ich einen Mähwerk ohne Aufbereiter und das ist schon bald schwierig, das irgendwo aufzutreiben. Darum kann ich da drüber weiter immer auf die LMG Graswil zurückgreifen. Der Walle hat mich da am meisten gegriffen. Ein Traktor mit einem Mähwerk ist ja nicht das erste Mal. Heute Mähwerk ist da nur 1 Hektar. Dieses Feld, mehr nicht. Der Rest wird dann später mal gemerkt. Nächste Woche. Das war's. 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 Fettig genäht und immer schön halber zurückbringen, die ganzen Sachen. Das kann man jetzt ein anderes Jahr auch wieder miesen. So am Waschen gehen, dann wird die kürzeste Staubung weggewaschen. Gut. Acht Liter Diesel für eine Hektare mähen. Nicht schlecht. Acht Liter für eine Hektare. Wenig, sehr wenig. Das ist eben Fett.